Seven to die. Seven days to die, okay. Ja, ja, oder so. Ja, gut, ich werde dann gleich einen Dings reinhauen, so einen Countdown und so, ne? Ska. Er kann schon gar nicht mehr erwarten. Wollen wir auch noch machen, wer schneller ist? Nee, ne? So, zähl runter. Ich zähle runter, nicht ihr, aber... Hey, ich gucke hier gerade mit einem Kumpel. Grüß dich mal. Hier, der Falke, da müsste ich wissen, wie der Kumpel heißt. Ne? Da müsste ich ja erst mal wissen, wie der Kumpel überhaupt heißt. Man könnte auch sagen, wenn das nicht zu Ende ist, aber da denke ich zu oft. Okay, Ska, bist du soweit? Ja, war ein bisschen drunter. Bei eins. Ey, warte mal. Meine ganzen Triebwerke sind doch gar nicht mit meinem Sitz verbunden. Ja, so ein Scheiß aber auch, ne? Oh. Voll, hätten wir nicht aber starten können? Du hast eben schon getestet, ne? Okay. Scheiße. Wäre das nicht geworden. Er bleibt eiskalt und still. Ey, warte mal. Nicht so schnell da. Ja. Ja. Ey, warte mal. Ich kann die untersten Raketen nicht an den Sitz machen. Keine Ahnung, ich hab nur zwei Reihen. Nimm mal auf der Dingsraufen oder in der Bühne. Oh, Digga, er sagt, das sind zwei verschiedene Bauten. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Guck mal. Ja, weil er Seine gebaute Rakete gerade in drei Teile gemacht hat. Ja, und deine? Ich warte. Wir stehen hier noch. Oh, geil, ey. Ja, wahrscheinlich mit ihnen Federn. Bestimmt, ey. So, abgesprengt, was? Oh, nee, ne? Oh, nein. Ja, wenigstens kriegen wir jetzt noch ein paar ran. Das ist ja scheiße. Okay. Äh, was ein Blödsinn. Ich kann nicht so hören, wenn du nicht beistet, gegen die Rakete gebaut hast. Hahaha. Händen wir nur eins zu eins. Ja, willst du deine auch nochmal abändern, ja? Ich merke schon. Nee, das geht ins... Ah, haha. Ich weiß, was los ist. Digga, die Mucke, ne? Ja. Macht sie dich auch so... so wild? Nö. Okay, Ska, jetzt kann es doch losgehen, ey. Er hat erstmal mein fehlendes Teil abgeschossen. Hahaha. Ja, ich brumme den Scheißer weg. Kaskar. Jetzt ist meine Rakete auch soweit. Ach, jetzt geht's auch, ey. Also, ich muss schon mal sagen, der eine sieht schon mal besser aus mit dem ganzen gelben Zeug da, ey. Andere Steine sollte man, glaube ich, gar nicht mehr verbauen. Okidoki, Alter. Ich bin schon da. Ich hoffe, Sie haben Ihr Mechanik-Handbook dabei. Merci. Ha. So, ich bin mal auf mein... Drück mal C öfter, dann hast du das in Vollmilk. Oh. Sehr gut. Kannst du mal rausgehen. Ja. Ok, da vorne fliegt übrigens schon wieder so eine Rakete. Ok, sind sie soweit? Ach, guck mal. Die habe ich vorhin weggeschickt. Oh, pass auf. Die kommt jetzt auf uns zugefahren und schmeißt einen von uns auf meinem Start. sehr gut, ey. Hallo. Ok, äh, Wampel, wir brauchen ein Startzeichen von dir. Warte, 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 warte. So, fertig? Ja. Fünf, vier, drei, zwei, ein, ready for to quick, go, 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 aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh. Jawollski ey. Ey, ich pack ihn ins Boden. Wie viel zu denn? Oh, ich bleib jetzt erst mal hier. Aha, ich seh nicht. Digga, aber mit dem Kopf zum Boden, ne? Oh mein Gott. Ja. Äh, weit bin ich auf jeden Fall geflogen. So richtig schön weit. So 10 Meter oder so. Oh, sie sehen wir, nie? Schwften wir da nicht? OHHHHH! JA. Okaaay. Ok. Ja, da muss man jetzt noch eine Lenkung einbauen, ne? Glaubt mal. Ach, Mann. Also, ich komm hier nicht raus. Also, ich bin so gut gefangen, ich hätte nicht mehr rauskommen. Ich hör dich irgendwo. Ach, du Scheiße. Ach, da. Ich weiß es ungefähr. Sollt, mein Gerät ist auch in den Boden gebackt. Aber bei mir ist nichts mehr zu machen, ey. Kommst du nicht mehr runter? Ich komm nicht mal mehr an meinen Dings ran, an meinen... ...Stuhl. Ich steck komplett in der Rakete drin. No way out. Ja, ich glaub, ich lande so ungefähr da, wo du bist. Vielleicht auch nicht. Ich schaff's immer wieder, meine Rakete in den Boden zu jagen. Okay, ich muss die Sachen mal abbauen hier, alle. Oh, jetzt ist sie kaputt gebrochen. Also eine Idee habe ich noch. Die muss ich noch bauen. Weil, egal, wir brauchen ja unbedingt mal ein Fahrzeug, was mal funktioniert, ne? Ja, das Beste war heute, glaub ich, eins von deinen gelben Autos da. Deine war ja auch nicht verkehrt, nur so wie büden. Ja, das stimmt wohl. Hier sind so Items im Boden, die gehen jetzt nie wieder runter von deinem Server. Oh, doch, jetzt da. Jetzt ist er da hinweggefallen. Sehr gut. Und, ciao. Hebebühne, zack. Äh, ja. Nee, ja. Los, 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 schneller. So. So, ein Stück hochfahren. So, ein Stück hochfahren. So, ein schönen Lenker drauf. So. So. es kommt ein super ding jetzt kommt ein super ding kommt jetzt 1 herrte also fisch 1 super teil und du denkst du das ist so super das ist schon so super so ein muss ich auch haben so super ist es wo es ist um schon wird zu bs wortet gefährt vom skubert s ist zu werden nun bauern super gefährt bauen wir jetzt das wird super wenn ich immer hier so muss los das wird ein super gefährt sei euch mein lieben freunde schlechten Geschmacks er hat für einen super gefährt wenn es Pferd hat 5 Pferd so um mietbar und die Nürnberg die Nürnberg die Nürnberg um und er auch und er hat jetzt ist der gelenkig sein nein die Neuern diese und diese hängt das jetzt nicht durch Okay. Gut, machen wir zwei. Machen wir überall zwei. So, machen wir hier zwei. So. Ja, mal einrennen. Und nach vorne hin wieder zwei. Vorne wieder zwei. Und da noch. Und hier machen wir es andersrum. Hier ein und zwei nach hinten. Ne, das war jetzt nicht so gut. So, richtig. So. Nehmt jetzt schon ein bisschen Gestalt an. Jetzt fahren wir den mal nach oben. Und wenn wir alle sehen, oh, der ist eine gute Idee. Der hätte von mir sein können. Hallo. Hallo. So, da...